Was in der Schule verboten ist, gehört im südhessischen Krummstadt zur evangelischen Gemeindearbeit. Abschreiben. Knapp 200 Krummstädter haben die Bibel abgeschrieben, per Hand, auf rund 2000 Diener drei Seiten. Das Projekt kam aus dem Konfi-Unterricht und die Konfirmanden haben sich richtig ins Zeug gelegt. Sie konnten Freunde und Familie als Schreiber anheuern für ihren Textabschnitt. Leute sind auf mich zugekommen und haben dann gefragt, kann ich was abschreiben? Hast du noch was zum Abschreiben? Jeder Schreiberling hat dann quasi eine Woche seinen Teil gehabt und durfte dann so viel abschreiben, wie er will. Von 1. Mose über Samuel, die Psalmen und Evangelien bis zur Offenbarung des Johannes, Die handgeschriebene Bibel ist fast fertig. Die Konfirmanden haben durch das Projekt die Bibel ganz neu und intensiv kennengelernt. Keiner schreibt mehr lange Texte mit der Hand ab, Schüler in der Schule vielleicht. Und das ist unglaublich, das verlangsamt und das tut gut. Kürzlich hat jemand gesagt, diesen Text hätte ich so nie gelesen. Also ich hätte ihn überblättert oder überflogen. Ich wäre ihn gar nicht so intensiv, hätte ich gar nicht mich mit dem auseinandergesetzt. Am Ostersonntag übergeben die Konfirmanden dann die Bibel an die Gemeinde. Sie wird die neue Altarbibel in der Krummstädter Kirche. Sehr persönlich, einmalig und mit kleinen Makeln. Die einzelnen Menschen haben da ihr Blut und Wasser geschwitzt. Da gab es auch solche, die dann gesagt haben, also ich muss das jetzt nochmal abschreiben. Ich habe gesagt, oh was ist denn für ein schlimmer Fehler passiert? Und dann war es ein Wort und dann habe ich gesagt, dafür gebe ich dir nicht nochmal Papier. Und das war ein großes Thema. Wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Ich habe mich am Anfang nicht so getraut, da reinzuschreiben, weil ich Angst hatte, dass ich so viele Fehler immer mache. Schön schreiben ist für mich immer ein bisschen stressig. Deshalb war es am Anfang immer die Überwindung erstmal, bis man anfängt loszuschreiben. Wenn man weiß, dass viele dran schreiben und das war so mein Ansporn, dass man weiß, es schreiben viele und dann kann man auch was Großes erreichen. Diese Gemeinschaftsgeschichte dahinter, dass alle darin teilnehmen können und auch dieses fertige Produkt dann, das ist einfach auch was für die Ewigkeit. Es hat unheimlich Spaß gemacht, man wollte gar nicht aufhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.